So, nun ist er weg, der 500er. Ich vermisse ihn auch nicht. Er war ja eh kein Schein fürs Volk. Reiche, yo, die haben ihn gebraucht, zum Bunkern ihres Vermögens. Und Ganoven. Klar, Bargeld hinterlässt keine Spuren. Erpressung, Drogen, Waffen, das war die Welt des 500ers. Den hat die Europäische Zentralbank aber mal schön den Stecker gezogen. Hat sie? Das behauptet sie. Aber es stimmt nicht. Das Gegenteil stimmt. Es gibt Bitcoin, also digitale Währung oder Offshore-Kontenlabyrinthe und so weiter. Die hören doch jetzt nicht auf, weil es keinen 500er mehr gibt. Nein. Man will uns womöglich ablenken. Ablenken von einer Agenda. Der Abschaffung des Bargeldes. Glaubt ihr nicht? Hat deutsche Bankchef John Krine gefordert. Und er ist nicht der Einzige. Das Thema ist voll auf dem Markt. Herr Schäuble wird uns bald verbieten, Bar zu bezahlen, wenn es mehr als 5000 Euro kostet. In anderen Ländern der EU ist das sogar schon durch. Und die Argumente sind immer die gleichen. Bargeld ist altbacken und dient nur den Gesetzlosen. Wie bitte? Bargeld ist laut EU-Vertrag und Bundesbankgesetz gesetzliches Zahlungsmittel. Nichts gesetzlos. Ich habe ein Recht auf Bargeld. Es muss auch nicht auf der Bank liegen. Kein Gesetz schreibt das vor. In einer Welt ohne Bargeld aber liegt es genau da. Eingesperrt. Die Kontrolle haben andere. Und das ist fatal. Denn gerät die Bank in Not und gibt es für mein Geld kaum eine Rettung. Abheben kann ich nicht. Stattdessen hafte ich neuerdings für die Schulden der Bank schön mit. Nennt sich Bail-In. Kein Bares mehr. Das ist ein Szenario, von dem Zentralbanker träumen. Endlich die Zinsen mal fett ins Minus drücken. Das macht die EZB zur Zeit ja schon aber eher zaghaft. Denn die Kunden würden ja sonst ihre Konten leerräumen. Das aber geht in einer Welt ohne Bargeld nicht mehr. Die Minuszinsen futtern dann unsere Guhhaben schön auf und wir sind gezwungen zu handeln. Geld ausgeben, dann brummt die Wirtschaft. Oder irgendwo anlegen. Zum Beispiel in Staatsanleihen. Auf beiden Wegen klingelt bei Schäuble die Kasse. Jetzt klingelt es auch bei euch, oder? Der Abschied vom 500er ist ein Alarmzeichen. Die mögliche Entwicklung ist brandgefährlich. Denn in einer Welt ohne Bargeld würde ich mich enteignet fühlen. Das ist ein Alarmzeichen.